So, finde Malik, Geburtsrecht. Muss ich mal gucken. Was muss ich denn, mit dem muss ich dann sprechen? Was ist da? Keine Reise verfügbar. Reise aktualisiert. Muss ich dann mit ihr sprechen? Palast von Lothairus. Okay. Ach, ist das dann schon das? Kann doch gar nicht sein. Ich gebe jetzt auf jeden Fall erstmal diese Klaue von Reak. Vielen Dank. Die Rippeln von deinem Kindheit werden weit entfernt. Jetzt habe ich recherchiert einige neue Potion Recipes. Wenn Sie sich gerne mal schauen. Blessed Light. Die Talon von Reak hat den Welt zurückgebracht. Aber mein Nose ist noch blockiert von Amirin's Wards. Ich kann gar nicht riechen, sogar die größte Herben. Die Spinner's Cauldron wird öffnen meine Nosträume. Even Okoto stole Sisna's beloved Cauldron während der Älder-Dark-Ware. Er hat sich weg von ihr, vielleicht in der gleichen, schwitzen Kanon, wo er die Talon verbringte. Okay. Die Spinner in der Schatten. Heidrank, Sturmgeil, Intervale, Schadensresistent. Im Dunkeln wird erhöht, aber die Verwendung einer Laterne hebt die Wirkung auf. Dummstes Tonikum. Schadensresistent, die Schadensresistent wird erhöht, aber die Ausdauerregeneration verlangsamt. Naaah. Kann ich jetzt auch dieses Ding, ah ja, Bohnenfraß. Okay. Okay, okay. Ich kann mal meine Waffe noch ein bisschen aufrüsten. Hätte ich mal gesagt. Das wäre auch noch von, von Interesse her. Ich weiß nicht ob ich es verbessern soll. 48.000 holy shit Kraternacht sterben auf jeden Fall Links wurde dann die Tüftlerlaterne Die Horrorrüstung dahin Spere so dahin Ok Ok Dann habe ich es glaube ich mal soweit Ah, Amara, suchen der Hatte von Griefer nach der Archivtasche Ach, da unten muss ich wieder Ok Am Prophetenhang Da gehe ich wieder hin Dann gehe ich nochmal in die Hallen von Griefer Die eingestürzt sind Ich kenne wirklich einen Hallen mehr Wenn Hallen von Griefer Ach Sie ist auch mit dabei Irgendwo hier Ja Der NLF ist Die Korps sind hier kein Problem Ich glaube das ist da oben Oder Die Korps sind hier Die Korps sind hier Hier unten ist es auf jeden Fall schon mal nicht Dann nehme ich auf jeden Fall erstmal die Speere Die Korps sind hier 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 Auf jeden Fall Die Korps sind hier Die sind noch nicht tot Bin ich da runter gefallen Das ist natürlich auch wieder optimal Oder eher mehr so sup Okay Das hat noch getroffen Das finde ich sehr gut geil weirde sachen passieren hier wieder die ganz guten sachen auf jeden fall irgendwie so schon irgendwie leichtlicher nicht einfach mal zeit wasten für am era ich muss nur treffen da hinten ist ich weiß ja schon ich weiß ja schon ja schieftafel scheiße da habe ich nicht genug anlauf genommen da habe ich nicht genug anlauf genommen da habe ich nicht genug anlauf genommen Was ist das? Oh, nice. Okay, das liegt doch schon mal besser. Führungslicht. Wenn mir natürlich auch deren Questline fortgesetzt wird. Gibt es eigentlich noch irgendwo was, was ich machen könnte? Dann gehe ich wieder zum Ruheplatz zurück. Ich hab das noch mal wieder zurück. Ich hab das noch mal wiederholt. Wo sind denn da? Ach da oben. Die Halle von Cliffa wurden in Namen der Wisdom. Ich schweb, um zu sehen, was wir verloren haben. Danke. Mal sehen, was Cisner kann uns lernen. In diesen schlussischen Worten, werde ich einen Weg finden, um die dunklen Weave zu kümmern. Wiederbelebung. Cisner, in den Gisner bevor ich dich wieder herkriechen werde, wenn du von deinem Begleiter gerettet wirst. Deine Angriffe verursachen einen Schadensbonus. Das ist gut. Schlagkraft. Verschleiert kritische Shores. Axum Hominus Shores. Gib dir die Shores von Menschen zu ernten, die du tötest. Indem ihr euch eurer wertlichen Hemmungen befreit, seid ihr in der Lage, Lahrung aus den Fakulinen Quellen zu gewinnen. Ironie ist, dass das Leben sich selbst verzehren muss. Gessen. Guck hierher. Der Webstuhl ist da, aber ich geh doch noch woanders hin. Oh, Batron. Er ist aktualisiert. Aber Alaphiris müsste dann eigentlich nicht das letzte sein. Aber Alaphiris müsste ja nochmal was kommen. Boah. Zehn, ne? Boah. 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 Was ist denn da die komische Höhle? Ah, da ist sie unter der Höhle. Was ist denn da? Okay, jetzt ist er wenigstens mal tot. Wird mich interessieren, was hier so war. Den Sabientwurzel, okay. Kann man schon mal machen? Noch mal eine Wurzel? Hm, da komm ich nicht so hin. Oh, sie probieren natürlich dieses Jump'n'Run mäßige. Okay. Okay, Jockel ist dead. Das war's dann wohl. An der Stelle. Okay. 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 Okay.